Gehen wir mal hoch, striplinen dann später, mal ein bisschen rennen, da, nein, da, ja, gut. Es ist morgen, so wie es aussieht. Ich kann noch kurz schlafen. Dann legen wir die Steine hinein. So, Pfeile. Den Redstone, den wir sowieso so viel überflüssig haben. Auch dort rein, die Kohle lassen wir hier. So, Knochen. Ah ja, wir haben keine Stöckchen mehr. So, Bäume. Ja, gut. Oh, wir haben Hunger. Müssen wir uns dann um den Weizen noch kümmern. Und, ähm, ja, Zombies am Brennen. Wenn wir hier in der Umgebung keine Kühe finden, dann werde ich sie einfach entschieden. Weil wir brauchen einfach Kühe. Und es ist ja nicht entschieden, kurz zwei Kühe zu erscheinen. Also, es ist ja nicht schlimm. Weil ich will die nicht irgendwie zwei Kilometer irgendwo herholen. Weil die sehr dumm sind. Also, den Weg meistens nicht richtig finden und solche Sachen. Und das wäre zu mühsam, uns zu zeigen. Also, sieht nämlich nicht so aus. Sieht so aus, als würde es hier nur Schafe geben. Ja, mehr. Ich will auch mehr. Ich will den Rasen auch mehr. Ja, ja. Es ist so ruhig. Ich bin jetzt immer gewöhnt, ein bisschen Nebengeräusche zu haben. Aber momentan, habe ich einfach nur die Schafe fertig. So, den Baum lassen wir hier. Ich baue nicht gern die grossen Bäume ab. Pfeile sie nicht gern. Pfeile sie nicht gern. Wenn wir einen Garten machen. Als Fackel sozusagen. Als Beleichtung. Mehr kann man die eigentlich nicht einsetzen. Schade. Rechten wir schon Mods. Ihr dürft gerne ein paar Mods vorschlagen. Aber es müssen schon Mods sein, die geupdatet werden. weil ich werde immer wieder die... Snapshot nicht alle oder nur alle drei Wochen, vier Wochen drauf tun. Also jetzt ist ein Update schon draußen. Ein Snapshot von 1.5 schon draußen. Aber der hat nur Bugfixes und so. Und das brauche ich momentan nicht. Wir haben Holz und wir haben jetzt hier Weizen. Machen wir uns also ein paar Brote. noch mehr. anpflanzen, wir brauchen natürlich ein Fahrrad, schön. Flächen ohne Feldhacke geht es nicht gut und hier auch schon zu wenig unser Garten wächst gut ich habe da nicht gerne diese Klötze im Weg wie viel Brot können wir herstellen? 13 Brote? nein 3 4 bisschen wenig noch einen machen dann die Steine hier ein bisschen Bretter so ähm die genau die Treppen so 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 machen wir uns ungefähr 64 64 64 64 reichen eigentlich beginnen wir vormarsch mit den Treppen so so einfach eins abstragen und dann die Treppen hin sonst haben wir auch wieder 3 hoch so Kohle wieso nicht die Kohle wieso nicht die Kohle Kohle wir wachen zwar nicht so viel Kohle wie im Feed the Beast aber Kohle schaut nie und es gibt immer Erfahrung und wir können ja lagern die benutzen wir einfach die Eisenspitzsocke wir finden genug Eisen, um die zu kompensieren. Deshalb nutzen wir aber jetzt einfach die Eisenspitzhaken. Schwerte brauchen wir auch für die Öfen kein Eisen mehr, weil dann holen wir nämlich vom Neffe einen Eimer mit Lava und der bietet einfach 1.000 Flammen sozusagen. Also du kannst 1.000 Objekte auf einmal erhitzen. Ich verbrenne, sonst werden sie ja Arsche einfach hier erhitzen. Also dann gibt es hier die Treppen hin. So, der Treppenbauer. Äh, das ruckelt ein bisschen komisch. Ich habe gehört, dass sie irgendwie etwas an den Treppen verbessert haben. Dass man irgendwie hoch läuft, nicht hoch ruckelt. Aber das sehe ich irgendwie anders. Ich bin es nicht gewöhnt, wenn das so Ding war. Ich meine immer, ich platziere die Treppen falsch. So, also machen wir uns Eisenspitzhaken. Ich so nicht. Du bringst mir mal bitte ein bisschen Eisen jetzt. Und, äh, Eisen, du gehst hier hin. So. Habe ich da etwas Neues gesehen? Nein, das ist nur die Druckplatte, die sieht einfach ein bisschen anders aus jetzt. So. Gut, also haben wir das Zeigs. Das machen wir hier hin. So. Und Stripminen wieder. Ich habe noch Bock aufzunehmen, deshalb Stripminen wir nochmals. Also wir laufen also noch nicht gut runter. Oder haben sie das gar noch nicht gemacht und erst angekündigt? Das weiß ich. Das bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Kann beides sein. Ich habe es zumindest mal gelesen, dass die das wollen. Oder auch schon gemacht haben. Mehr nicht. Jetzt wo ich das Let's Play mache, werde ich auch öfter schauen, was es Neues gibt. Und mich auch besser konzentrieren, also sozusagen, äh, ja, dass ich besser informiert bin. Ist nicht nötig, nicht brauchbar ins Kurzzeitgedächtnis machen, dass das gelöscht wird. So, nix langer Zeitgedächtnis. Weil es ja eben für das Let's Play auch ein bisschen wichtig ist, dass man informiert ist. Und ja. Das habe ich hier an der Wand gebracht. Hm. Uff. Lavaaaa. Lavaaaa. Ich hoffe mal, bin einfach nicht zu Asche verbranden. Mhm. Das ist ... Das ist ... M-cile machen wir eine Zuflucht. Wir leveln schön mit diesem Mapper Bau von Kohle, aber die Levels sind später noch nicht so wichtig, dann könnten wir richtig die Kohle auch abbauen lassen. Wir wollen nämlich Diamanten und mit Kohleabbau werden wir nur Zeit verlieren momentan. Müssen wir schön weniger warten, also es geht noch mit der Geschwindigkeit, also es ist nicht schwerer geworden sozusagen. So, man muss halt einfach...